Wir schaffen das. Die Frau von Huber Sepp, die Frau von Josef Huber, die hat eine Bekanntschaft. Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Häube war oder der Eude war, das wird die Polizei in Kürze herausfinden. Die Frau von Huber Sepp, die hat eine Bekanntschaft gemacht. Mit wem? Mit dem Asphalt. Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Häube war, ob das der Eude war, das Klärndegränerbeut. Im Hofbreihaus waren heid die Leute so richtig auf der Balz. Nur der gute Huber blieb beim Hopfen und beim Malz. Denn heid war a sei Frau dabei und jetzt gehen sie wieder heim. Da scheppert's und die Frau liegt auf der Straße mit beide Ohren. Die Frau von Huber Sepp, die hat eine Tät-A-Tät. Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Häube war, ob das der Eude war, das klärndegränerbeut. Achso, jetzt müssen wir noch ein paar Vokabeln, glaube ich, direkt klären. Peter, was ist ein Betrunkener in Bayern? Der ist gut beinahnt. Okay. Ja, genau. Und jemandem eine reinhauen? Ja, jemandem eine langen. Alles klar. Mit Schwung hinfallen? Sauber Hieb rätseln. Okay. Und eine kräftig gebaute Person? Das ist ein Viech. Also ein Viech. Scheiße, jetzt wählt's mir da den Text weg. Warte mal. Aber der gut präparierte Kiannist... Der gut präparierte Outdoor-Musiker hat eine Wäscheklammer dabei. So, die Vokabeln sind klar. Weiter geht's. Zweite Strophe. A gräner siegt's und fragt, hast du der Euden eine gelangt? Der Huber sagt, geh weiter, na, die ist nur gut beinahnt. Ma Eude hat Pamas zu viel, gleich mehrer, no wie a i. Da brezelt selbst ein Viech wie die, schon einmal sauber hie. Die Frau vom Hubersepp, die hat ein Tettatett. Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Heube war, ob das der Eude war, das klären die Gräner Beut. Die Frau vom Hubersepp, die hat ein Tettatett. Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Heube war, ob das ein Eude war, das klären die Gräner Beut. Letzte Strophe. Der Gräner packt ein Hubersepp und fahrt Richtung Revier. Der Kommissar macht Feierabend, rockt selber schon beim Bier. Er singt und grölt den Grund für'm Huber seiner Frau. Ihre Degustierung des Asphalts kennt keiner so genau. Die Frau vom Hubersepp, die hat ein Tettatett. Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Heube war, ob das der Eude war, das klären die Gräner Beut. Die Frau vom Hubersepp, die hat ein Tettatett. Mit wem? Mit wem? Mit dem Asphalt. Ob das ein Heube war, ob das ein Eude war, das klären die Gräner Beut. Die Frau Rauscher aus der Klappe Gras, die hat ein Beul am Ei. Ob das der Rauscher, ob's vom Alte kommt, das klärt die Polizei. Die Frau Rauscher aus der Klappe Gras, die hat ein Beul am Ei. Ob das vom Rauscher, ob's vom Alte kommt, das klärt die Polizei. Vielen Dank, es war uns eine Freude. Dankeschön. Wir sind Marke Fisch, habt noch viel Spaß. Im ersten Lied vielleicht einem Thema widmen, was, haben wir uns gedacht, einigermaßen zugänglich ist. Wir sind ja jetzt nun nicht aus Frankfurt, das heißt, ihr kennt uns noch nicht. Wir müssen uns irgendwie jetzt hier mit was identifizierbarem vorstellen und haben gedacht, wir widmen uns deswegen im ersten Stück vielleicht... Der Liebe. Genau, der Liebe. Der Liebe. Vielen Dank.